Musik 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 Oh Oh Das ist cool Das ist cool Oh Ah 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 du hast es ja weg gemacht Das hat weh ich hab jetzt Kopfschmerzen Ok Ah schon wieder das gleiche Ha Ich bin erster Uh WTF Ah Ha Und da oben ist nur ein Licht Ach da Da Ne da Da hin Ah ok Ja ich hab ich hab ich hab Wann war ich fehlst Und jetzt musst du nämlich da drüben die Portale besetzen Wie gerade eben dann springst du in das eine rein und springst das andere raus So Ui Genau und jetzt komm ich hinterher Ah ne meine sind ja weg Also musst du hier mir irgendwas aufmachen Ah Ähm ähm äh Ne 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 äh äh stopp Ach scheimplätze Komm doch mal runter Ah ich hab ich hab die falschen Knochen Genau genau du hast das falsch Alter Alter war das knapp Ich hab noch niemals Portalgesetz gehabt so Und jetzt musst du nämlich äh hellblau Äh äh welcher Klick ist das Nummer Wissen ich muss da auf den Kreis gucken Ja ist richtig ist richtig Au So So Ähm Da fliegst du dann dort durch So jetzt muss ich das gleiche machen mit hier drüben Ah da oben ist auch noch ein Würfel Ich bin da wo du mich gerade eingesperrt hast Oh Hi Da oben ist auch noch ein Würfel Ja Na wirst du bestimmt irgendwie wieder Speed aufbauen müssen Dann kannst du Dann kannst du Und Weißt du wie glaube ich Warte Es wäre nett wenn du mich nie eingesperrt hättest Weil ich kann mich nie mal umbringen selber Warte 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 ich sperre dich gleich wieder aus Das ist ein Würfel Das ist ein Würfel, aber ich bin die Zellen gesperrt Ah ne ich hole dich wieder Warte Äh Auf Auf Hallo So und jetzt sind Wer ist der Würfel Wer muss da hinten Glaub ich Ja und wie Er ist der überhaupt irgendwas drin da Da sind zwei Portale Ein zwei weiße Fläche Flächen Ne Da geht nichts Mal nochmal da äh da hoch Nimm den Würfel aber mit mit Ja jetzt brauche ich mal Ach ne jetzt brauche ich erstmal nochmal Kann ich durch die Portale mit dem Ding gehen? Äh Ah ne das wird dann da Ah ne wir mal hier brauche ich ja nicht Ne 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 der wird dann glaube ich geburt gemacht oder? Ich weiß es nicht Müssen das mal ausprobieren jetzt Aber da oben ist ja nichts Aber da oben ist ja nichts Irgendwie da hinkommen Wie Warte ne Geh ohne Würfel Geh ohne Würfel Warte Warte nochmal nochmal Wir haben hier zwei Plattformen Die eine ist gerade die eine angeschrägt Wahrscheinlich da mit der angeschrägt So dass ich hier nicht durchschießen kann Ja warte dann Äh ne es geht auch nie Also musste ich das eine dort drüben musste hier rüber katapultiert werden Dahin kommst du wenn du hier bist Und hier bist du wenn du da drüben bist Also wir brauchen jetzt ein Und dann da drüben von da Mal rein Und da rein Ich weh schon du musst da drüben Ach hier soll ich jetzt nicht Ähm du musst da musst du hoch da musst du rein springen Du musst dann durch die eigene Guck mal mit der Maus da kurz hin weil ich guck dir gerade zu Äh Also musst da Da musst du rein springen Und kannst dann dort durch das eine Portal rausspringen Gut das war jetzt nicht genau getroffen Und du kannst dann durch das Portal da rüber springen Das ist natürlich die Frage Wie lässt du das Ding offen Für was braucht man den Würfel Ja wirst du hier oben brauchen Okay das war nicht gewollt Dann muss ich hier 24 Ah ich weiss ich weiss ich weiss ichs Oder ne 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 da werden wir Ich weiss es ich weiss es Würfel brauchen wir um das Ding aufzuhalten Auch offen zu lassen Jetzt hab ich mir auch zuerst überlegt Habts Ähm Der wird ja dadurch zerstört genau das wusste ich ja Aber da können wir denn ja auch das nicht Nee geht ja Warte warte ich hab ne andere Wir freuen Ich geh wieder hoch Stop stop Du gehst mir dann damit eh Genau Das soll die auch grad vor Glaubst du es ist Ich glaubste man kann das extra so machen Oder haben wir das Spiel grad ausgebucht Weiss ich nicht Wo hast du denn jetzt eigentlich den Würfeler bekommen Äh da war Hier Aber das Ding hat sich wieder eingefahren So warte mal So ähm Jetzt Weiß es Kannst ja nicht durchschießen sonst hätte ich es ja schon lange gemacht Ja aber Du musst das hin ja Und ich muss irgendwie das Portal platzieren glaube ich weil sonst Meins wird ja weggenommen Okay warte Meins ist weg wenn ich jetzt durchgehen würde Meins wärs nicht weg wenn du durchgehen würdest aber du kommst von dort dann nicht weg Ah Ich Ich Warte ähm Geh mal da hin Wohin Äh da rüber Da So jetzt ist mein Jetzt ist mein Portal weg Dann setzt mein da ein Portal da Dann setzt mein da ein Portal Achso Dann ist er das weg Ja aber der hat zwei Sachen dann muss man das irgendwie benutzen Warte ich komm auch mal zu dir Die Frage ist eben jetzt Wenn du Wenn du Ah guck mal ich kann ja hier raus stehen Da haben wir jetzt Ja und Was bringt dir das jetzt Wir könnten Lötig Wenn du Kannst ja nie durchschießen Ich Wohin 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 Also du brauchst den Sprung vom Anfang, dann kommst du. Ich versuche mal zu cheaten. Ne, ne, da kann man nicht hinfliegen. Ne, das wird auch nicht gehen. Was passiert, wenn ich jetzt so? Jetzt bin ich zu. Ja, aber vielleicht auch mit dem Würfel jetzt für irgendwas anderes. Ne, den Würfel würdest du jetzt brauchen nicht oben eben drauf, äh, drum und für was. Warte mal. Ah ne, das Schild wird nicht deaktiviert. Kann man das irgendwie kaputt machen oder so? Du musst da drüben was zu gehen. Ja. 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 Ja, warte mal. Alter Schwede. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe eine Idee. Erzähl nochmal, das gerade so wie du sagst. Was? Was? So und so? Ja. Hier muss ich uns ausprobieren. Ja klar, so funktioniert das auch. Och, sind wir dem nicht. So und jetzt gebe ich dir nämlich den Würfel hoch. Bestimmt, oder? Ne, ich kann dir hier. Warte, und hier. Und da, alter. Alter. Ja, nimm den Würfel. Wir nehmen den Würfel aber mit. Okay. Oder? Wir haben es jetzt komplett fertig. Gut. Ja, geil. Junge. Hallo. Grüßt du. Ich bin doch unten, weil du gerade gesagt hast, ich soll Würfel mitnehmen, wenn du wieder runter und dann... Oh. Alter Schwede. Gut. Ich würde sagen, eine Sache machen wir noch, wenn die hoffentlich nicht ganz so lange dauert. Oh. Und danach mache ich den Part. Schluss. Wir haben 20 Minuten. So, liebe Leute, ich habe mir jetzt doch mal überlegt, ich bende doch jetzt den Part. Weil A habe ich Hunger und B haben wir eigentlich noch was anderes vor aufzunehmen. Ja. Ich muss echt sagen, dafür, dass ich Portal, Portal habe ich gekannt, aber noch nie gezockt. Und heute ist es erstmal, es macht extrem viel Laune. Muss ich wirklich sagen. Äh, ich... Hundertprozentig kommen wir noch mehr Teile. Weil wir sind ja erst bei Level 2, 6 oder sonst was. Und das ist so ultramäßig geil. Ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Wort wieder. Stimmt's bald? Jo. Jo. Dann. Tschüss. Ciao.